Musik Ja, ich begrüße alle Gäste, die Künstlerinnen und Künstler. Wir eröffnen heute die dritte Ausstellung Kunst im Vorgarten in Fleckebüh. Wir haben das erfunden als ein Format, wo Corona keine Rolle spielt und sich Leute trotzdem begegnen können. Und wir sind sehr stolz, das dritte Mal das durchführen zu können mit drei Künstlern, die schon die letzten Jahre auch ausgestellt haben. Jörn Brede, Heike Hoffmann und Stefan Franke. Und wir haben drei neue Künstlerinnen dazu gewinnen können, Wieb Gelassen, Gunnar Schäffler und Annette Oellerking, die hier ihre Werke präsentieren. Musik Dieses Event Die Garten werden bunt, im Ortsteil sind viele verschiedene Sachen, die man sich hier anschauen kann. Und ich sage mal, auch für die Zukunft ist das sicherlich ein Event im Frühjahr, um das Jahr in den Sommer reinzubringen. Musik 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 Musik